Ja, wir hatten in unserer Sendung heute auch über die Unwetter in Spanien berichtet. Nun meldet eine spanische Nachrichtenagentur, dass dabei wohl mindestens 51 Menschen allein in der Region Valencia ums Leben gekommen sind. Dass diese Eilmeldung weitergehende Informationen über die schweren Unwetter haben wir nicht, halten sie aber natürlich auf dem Laufenden. Untertitelung des ZDF, 2020